Hallo, wir sind wieder hier. Wir spielen wieder Königreich Herzen 2. Finale, endgültige, für immer vollendete Mischung. Und Daniel ist wieder dabei, weil er immer dabei ist. Und das entspricht in der Tat der Wahrheit. Es sind ein paar Tage vergangen seit der letzten Aufnahme und heute gehen wir ins Colosseum. Oh nein, die Depression kickt. Du fühlst mich noch besser? Well, das gleiche Routine. Wunderboy hier denkt, dass sein Herodays sind vorbei. Und Phil denkt, dass es alles in seinem Kopf ist. Gorsherk, wir wissen, dass du ein Herod. Das stimmt. Wunderboy. Wie kannst du mowen, auf ein Momentous Day wie heute? Die Underdrome ist zurück und du bist in die Stands. Nachdem, deine Fans nicht mehr für etwas weniger als ein Herod. Ich meine, wenn du nicht mit dem, kannst du einfach, ich weiß nicht, verlierst. Ich bete, dass du das magst. Entschuldigung, ich bin kein Mensch, ich bin nicht wie die High- und Mighty-Snobs auf Olympus. Ich bin für die Massen. Und ich habe eine massive Idee. Die Spiel, meine Damen und Herren, sind zurück. Ihr wirklich, Hades, der einen und ender Herr der Mörder des Mörders, bringt dir die Überschritte, um zu celebrationen der Überschritte Kolosseum zu erzielen. Wir werden wohl endlich die ähnliche Frage, wer des Titel des Eroschritte? Diese Spiel werden die Debatte beinnt für alle. Der Winner meint der neige. De was? Du hast es geschafft. Die Hades! Scheibe! Und ich versuche euch, dass ein großartiger Hercules da sein wird, sonst... Du kannst nie wieder sehen, dass du deine Freundin wieder einmal verletzt. Lowlife! Ha, du bist sehr nett. Aber nicht so, nenn? Was war das denn gerade? Lowlife! Ich habe eine Ausbildung für die Hebe. Nicht zu schmerzen für diesen. yeah it's a great way to spend some time okay das einfach nur hades cup ja scheinbar nur so do the kids will never win the mansion the condition he's in now have one of our out please aber das ist schon story im wiener also das ist jetzt nicht einfach nur so aber sie seine unterhose he is just one out i don't think i can win the tournament like this was for a tournament like yeah yeah enter the hades cap yeah who do we face first let's see it's spin strike oh we might have to fight him in the finals i bet he's a real hero huh well i don't think he's a bad guy but you're the only hero around here hercules you know that maybe before just what okay die macht mit ich hab schon wieder deren namen vergessen die spinners genau so der bayfreak hat gemeint also sollten das nicht rausnehmen aber es wäre nicht mal schlechtes rauszunehmen und zwar den dodge slash weil der der ist eher schlecht als recht aber ich hab's jetzt vergessen ihn rauszunehmen naja oh jetzt hast du dich grad wieder ändern ja how did you go out there champ i'm just not what i used to be sorry to drag you dark alter so depressed we're on the tower yet we need you in the semi-finals mein guter mein guter jetzt können wir das machen so abiliti hier hier dort schlässchen an diesen attack der deals damage zu nearby enemies das soll weg ok dann machen wir das doch machen wir weg der media weil dann fühlt man sich besser glaube ich aber was nehmen wir stattdessen rein oder flair force endlich phantasia weg flair force rein wunderbar flair force flair force ok einfach ich kann es kaum erwarten zu sehen ok mysterious abyss ach so das war das ja haben wir sonst noch was aber es wird für die nächste runde des heinys kann ja eigentlich schon let's go ja ich sehe sie mir als semi-finals schon ok let's go we're at the semi-finals das ist ja nicht gut sounds like they're bad but we can check out was was wir brauchen hühnchen junior hühnchen klein ok wir brauchen ihn hühnchen klein es wird zeit zu chickenen ok kommen aber wirklich gut ist so wie gesagt wird rein alter heftig ja guck mal wow baby ich bin mir sicher hühnchen klein macht etwas ja du hast es gemacht auf jeden fall danke hühnchen klein er war da we made it to the finals was das ist der hades cup wie kurz ist der denn oh oh that's why you so happy we can stay junior heroes forever you know i'll try and to mess things up man ich bin wer look over there he's a final opponent right oh auron was geht and you are was geht wir kennen uns doch ha Was war denn das jetzt schon wieder? Genick, nick. Was ist los? Was ist los? Jetzt müssen wir ihm folgen. Scheinbar. Und, oh, Hühnchenklein ist mit dabei. Hühnchenklein ging allein. Hühnchenklein ist immer wieder neu. So. Oh, shit. Drogengeschäfte. Stattet ihr Krieg, Prisoner. Ich exist. Das ist mein Krieg. Hühnchenklein ist nicht verantwortlich. Scheiss. Good, very good. Good, very edgy. What's wrong with Doran? He's never acted that way before. Shh. Okay, so you made one lousy mistake. You exist. But hey, I'm a forgiving guy. You keep your end of our little deal, and I'm willing to overlook a transgression or two. I understand. Defeat Hercules. And his meddling friends. What? No. Only Hercules. Oh, don't tell me you've forgotten who's in charge. Hercules and the other three. Hey, are we clear? We're clear, Hades. Lord Hades. Lord Hades. Good. Now go. So that's how he's controlling Orin. Coole Puppe. Ja, man. Ja. Wo kann man die kaufen? Was, so ein Wichser. You probably would think that was a compliment. Oh, ich kann es nicht leiden, Orin so zu sehen. Ja, sing Orin to that low-life spitting. We've got to help. We must ihm helfen. Let's go. Auron. Und er wundert sich gar nicht. Er denkt sich nicht eine Sekunde, könnten die gerade zugehört haben oder so. Ne, er läuft einfach vorbei. Kommt schon. Lasst uns nach ihm gehen. Lasst uns ihm folgen. Vielleicht so, was er übersetzt. Hühnchen klein. Oh, Hühnchen klein. So. Hey, was geht? Ich kann mich an den Zeil hier gar nicht erinnern. Ich mich auch irgendwie nicht. Was? Was? Ja, ja, ja. Danke. Nur in einer Art. Der Keyblader hier und seine Angelegenheiten müssen den Wintern treffen in einem finalen Clash. Was sagst du? Das wird die Leute fangen. Es ist besser. Ich habe die Leute gesagt, dass sie ihre Nachbarnen. Ja. Sie wissen, für mich, das Rest ist smooth-sailing. So ein Fiesling. Los, Hühnchen-Klein. Du und ich. Ja, du und Hühnchen-Klein, ihr werdet die Statue finden. Ja, keine Ahnung, Fies. Und Bottrop Kirchellen befreien. Äh. Was zum... Ja, das ist Hühnchen-Klein, der die Geräusche machte. Ja. Ja, das macht er. Eine gute Kill. Ja, er pfeift. Oh Gott. Alter, da kommt ja mal ein Stein von oben gefallen, ey. Auf jeden Fall. Ich will einfach nur das weg haben, hier. Mein Güte. Okay. Hold it. Okay, Hühnchen-Klein ist wirklich gar nicht so schlecht. Na ja. Also... Kann man mit arbeiten. So habe ich nicht so das Gefühl, dass irgendwas macht. Alles ne Lüge. Er ist halt da. Oh cool. Los, Hühnchen-Klein, du und ich. Du und ich. Wow. Du fährst einfach an den ganzen Gegnern vorbei. Ja, ehrlich. Da brauchten die. Keine Ahnung. Kann man mal hier wissen. In Hollow Bastion warst du noch ganz geil da drauf zu leveln. Und jetzt? Ja. Das stimmt allerdings. Ja, so weit macht das alles nichts mehr wert. Ja, eigentlich nicht mehr, ne? Ja, hast auch recht. Es war nie etwas wert. Es war nie etwas wert. Es war nie etwas wert. Hühnchen-Klein wird bald verschwinden. Zeigen wir ihm goodbye. Hühnchen-Klein, du warst der Beste der Besten. Der allerbeste, besten, besten Mann. Besteste der Besten, ja. Ja. Ich habe mir heute Abend beim Chinesen Hühnchen bestellt. Ey. Es tut mir leid. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Oh, nein. Warum machst du das? Ja, also ich meine ja ernsthaft. Also ich hatte heute eine richtig anstrengende Woche. Ja. Und ich bin aber auch nach der Arbeit nochmal zum Chinesen gefahren und habe mir da ein Hühnchen-Curry bestellt. Hühnchen-Klein-Curry. Ja, wir machen jetzt mal Rug Flayer hier. Ey, das ist ja wie in Mulan hier. Was zum Teufel? Alter, das ist ja heftig. Lieb's. Tschüss. Das haut wirklich ordentlich rein. Ich mag das schon, ganz gern. Ja. Hat mich gefallen. Jetzt sauber. Jetzt sauber. So, gehen wir mal hier rein. Die Inner Tram. Ah, hier ist doch der Kampf. Haben wir den eigentlich? Nee, sie haben das fertig. Ja, sie haben das fertig. Doch, sie haben das fertig. Doch, sie haben das fertig. Ja, gehen wir mal ja alles rein hier. Defense Booster haben wir bekommen. Alter, heftig. Was haben wir jetzt? Oh, wir können AP Booster auch noch machen. Save the Queen. Und Save the King. Ja, ein Stab für Donald, ein Stab für Goofy. Aber die sind glaube ich beide schlechter als sie jetzt hingeworfen, oder? Das weiß ich nicht. Äh, Experts Ring. Können wir auch mal machen, ne? Energy. Das ist Hellessence Necessary Amount Increase Moogle Level. Okay, let's go. Cool. Okay. Nice. Das wollte ich. Ja, dann. Haben wir hier noch was? Oh, den können wir noch mal machen. Hier noch mal einen davon. Hier noch mal einen davon. Material Log. Äh, was fehlt uns denn dann noch? Ähm, noch ein bisschen was. Ich glaube es gibt fünf, ne, 60 oder 50 insgesamt. Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Dann gucken wir mal. So, äh, ja. Ich weiß absolut nicht, wovon du redest, aber das passt schon. Ja, es gibt so eine Anzahl an Materialien, die man sammeln kann. Und, äh, ich glaube es gibt 60 insgesamt, oder es gibt 50. 50 oder 60 waren es. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay. So. Deswegen gehen wir jetzt hier weiter. Ja. Was? Now that is entertained. Mhm. Okay. Oh nein, Hurk sieht gar nicht gut aus. Beeil dich, Sora. Ja. Ja. Jetzt wird gekloppt hier. Ja. Du musst in die, ins Büro von Hades. Und musst da die Statue holen. Warum macht er sie in seinem Büro? Wieso nimmt er, äh, hatte sie nicht mehr dabei? Oder viel, äh, krasser. Machen wir jetzt mal die Wisdom vor, Mama. Oh, okay. Er hat sie nicht dabei, wegen dem Plot. Weißt du, das hasse ich, wenn das passiert. Wenn wir hier den Breakdance-Move haben. Wenn sie die wegen dem Plot nicht dabei haben. Ne, ne, das nicht, aber... Vor allem finde ich lustig, das sollte doch nur passieren, wenn man die Formen quasi zu oft nutzt, oder? Wenn man die Formen generell nutzt, dann geht der Counter hoch. Ja. Für, äh, also manchmal haben wir halt vielleicht einfach Pech. Und jetzt hast du ja die Form wirklich, äh, eine Weile nicht benutzt, weil du hast ja Hühnchen-Kleiner-Bayern gehabt auch. Ja. Aber trotzdem, ist es passiert. Ja, vielleicht, der Counter wird ja nicht zurückgesetzt, wenn wir das Spiel neu starten, soweit ich weiß. Wird nicht. Na, 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 na. Ich kann nicht mal das Ding aufheben. Ist ja krass. Revert. Das alles, weil du unedgy Schatten bist. Hä? Wie konnte ich jetzt reverten? Ich weiß es nicht. Obwohl ich... Okay. Vielleicht geht das außerhalb vom Kampf. Vielleicht. Das kann sein. Das weiß ich nicht. Hm. Oh, da ist hier... Die Voodoo-Puppe. Oh, goddammit. Okay. 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 Aber im Endeffekt, das ist wirklich was, was ihn stärker macht. Let's do the bank. Oh, shit. Oh, ho, ho, ho. Geil, endlich. 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 Los, Donnie, ma boy. Die niemanden wollen das nicht. Mach sie kaputt, Donnie. Mach sie kaputt, sag ich dir. Ja, hoi. Ja, hoi. Ja, hoi. Ja, hoi. Ja, hoi. Junge. Die halten ja richtig viel aus. Oh. Ich glaub die weg, ey. Oh, noch mehr, boys. Alter, heftig. Oh, Level 6 und 3 sehe ich. Level 6 und 3 sehe ich, genau. Alter, dieses Auge da. Alter, soll es überhaupt ein Auge sein? Ich glaub, es ist kein Auge. Oh, yeah. Okay, das war voll die Verschwendung. Irgendwie, ja. Ja. Wollte eigentlich voll cool sein. Pff. What? Not what I had in mind, but I'll take it. We better skedaddle. Skedaddle? Skedaddle. Alter, die Erzlosen greifen hier niemanden an. Krieg, Krieg, Krieg. Ja, Haurons kleine Actionfigur. Ja. Ja, es ist alles Krieg auf jeden Fall. Oh, hey, cool. Jetzt sind wir auf einmal wieder hier. Oh, wir sind direkt wieder hier. Okay. Dann auf zu Herc. Nee, wir müssen erst mal mit dir reden. Heck, wir müssen jetzt mal mit dir reden. Heck, wir müssen jetzt mal mit dir reden. Ja. Äh, ja, dann gehen wir mal. Äh, ja, dann gehen wir mal. Now, finish him! Orin! No! Kill, Orin! This relates to war! Ach so. Es löst sich einfach über ihm auf. Ja? Ich dachte, er muss es fangen oder so, aber nein. Nee, nee. Sora. Donald. Goofy. Orin! Bardo's... Wilt! Urgh! Prisoner! Was ist mit unserem gemeinsamen Verhältnis? Ich kann dir einen geschlossenen Schlag geben, aber du musst mit mir arbeiten. Vielleicht hörst du mich nicht. Das ist meine Geschichte. Das ist meine Geschichte. Und du bist ein Teil davon. Und du bist ein Teil davon. Na ja. I confess. I was hoping Wonderboy would lose, but it was still a fair fight. Come on! Is that really so wrong? Huh? Really? A fair fight? Nö! Wahee! Lächle, lächle, alle was man wollt! Hehehehe! Úshh. Euch. Und wie? Wer kommt jetzt? Ach. Du kannst sie so nicht einfach in die Suppe schmeißen. Doch, er kennt das. Wenn du nicht gewinnen möchtest, dann verlierst du die Mädchen. Nein! Meg, steig auf! Es sieht aus, dass Wunderboy aus der Stande zerbrochen hat. Nun, du hast immer noch mit uns zu tun. Ja, das wird gut sein. Feel the heat. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Jetzt fehlt mir wieder die Heat, ey. Auch den da nicht, oder? Weiß ich nicht, kann der denn was? Der kann doch eigentlich fließen. Ja doch, der kann schon coole Dinge. So, äh... Komm, lass mir ihn doch mal zur Abwechslung drin. Wir haben mit Billy Deals. Schauen wir doch mal, wie es wird. Und zwar... Hier, wo ist denn das? Hier, Air-Combo-Boost. Das ist ziemlich nett. So, was hat der? Hast du Zeugs? Oh, guck mal. Divider. Warum hat er nichts drin? Das ist immer so weird. Once more. Ja. Ja, weißt du was? Kriegst du rein, kriegst du rein, kriegst du rein. Overdrive. Ja, gerne. Ach, ich schaffe einfach alles rein. Warum nicht? Ja, genau. Warum nicht? Wenn die Plätze da sind, nicht? Ja, gewinne, gewinne, gewinne. Gewinne, gewinne, gewinne. So. Jeder kriegt etwas ab. Das ist ja nochmal Expert-Sring. Genau, den habe ich hier geholt. Und dann habe ich ganz vergessen auszurüsten. Ja, wer braucht das denn auch? Ja. Gewinne, gewinne, gewinne. Ja, AP geht hoch, aber Strength geht runter. So. Ja, das ist doch mies. Magic geht runter. Donald, was hast du denn so? Expert-Sring? Nee, Magic kannst du immer gut gebrauchen. Okay, aber Strength, like... Du brauchst kein Strength. Nee. Das ist nicht so einer. So, was ist mit Goofy-Boofy? Magic geht runter, aber plus 1 AP. Ist eigentlich nicht schlecht, ne? Weil er braucht kein Magic. Ja, das ist eigentlich für Goofy auf jeden Fall okay. Oh, guck mal, das ist sogar noch viel besser. Oh, ey, Magic und Strength. Ja, dann kriegt er den Garnet-Drink. Hier wird er schön, Goofy. Yeah. So, wunderbar. Dann wollen wir mal gegen Hades. Oh, that's it. Ja, was... So, wie machen wir dich jetzt? Feel the heat. Oh, ich kann dich nicht besiegen, nein. Und jetzt? Was müssen wir denn machen? Ja, Leute. Es ist, äh... Anfang November. Wir haben ein Uhr nachts. Ja. Es ist wunderbar. Es ist bei euch auf der Arbeit auch so, dass aktuell irgendwie alles und jeder krank ist. Schreibt es in die Kommentare. Es ist nicht so, wie wir ihn? Ah, ha ha ha! Ha 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 ha! Wir können uns nicht besiegen. Ja, bitte! Ich weiß nicht! Weil es ist der Welt gibt. Ja, wie machen wir ihn uns bebehen? Ich habe keine Angst, um meine Leben für Megs zu geben, und dann habe ich mich erinnert. Ein wahrer Hero ist mit der Kraft des Herz. Herz. Cool. Ich werde das nie wieder vergessen. Nur mehr verrückte Stunts. Menschen machen immer verrückte Dinge, wenn sie in Liebe sind. Das ist echt nicht nett. Armer Hades. Jetzt ist ja auch noch der Herkules dabei. Mit seiner Hilfe können wir jetzt dem Hades schaden. Oh ja, der Herkules macht gut Schaden. Kargules ist jetzt voll buff, ey. Das ist voll unfair, der Cheech ist. Ey Junge, was ist das hier? Ich mag das. Oh 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 oh. Hears on fire, baby. Das weißt du. Oh god, Alter. This boy is on fire. Was soll man sagen, was soll man sagen? Alter, pass auf man, du bist fast tot. Okay. Das ist richtig. Weißt du was? Weißt du was? Solange du dessen bewusst bist. Aua. Aber auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen. Ja, meine Woche war ganz schön anstrengend. Weil so auf der Arbeit ist die halbe Gegenschicht krank. Oh ja. Und ich durfte deshalb diese Woche an einem Tag 10 Stunden arbeiten. Und ansonsten habe ich eigentlich Frühschicht. Musste ich ja dessen die ganze Woche Spätschicht machen. Ja, das war, das war übel, ey. Ich bin froh, dass diese Woche vorbei ist. Ja, das ist schön. Ich glaube das ist auch für dich. Und der ist ein bisschen anstrengend, der Gude. So Leute, Faser, das werde ich runtergeladen. Absolut, ja genau. Das ist das. Na ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Morgen gehe ich skydiven, indoor skydiven. Was? Skydive. In Botrop. Yes. Und ich werde auf jeden Fall bei der nächsten Aufnahme dann berichten, wie es war. Ich bin sehr gespannt. Oh, ich bin auch gespannt. Ich weiß auch nicht, was mich da erwartet. Aber der gute Ole, der hatte noch ein Ticket übrig. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Oh, das ist jetzt voll Verschwendung, was ich hier gerade habe. Naja, sorry, sorry, ich bin so abgelenkt hier. Das ist okay, das ist okay. Ich meine, ich habe ja auch jetzt nichts Wichtiges mehr gesagt. Ja. Ich brauche gerade ein bisschen... Na ja, das stimmt, das ist recht. Du hast nichts Wichtiges gesagt. Ja, du hast ja eh fast gewonnen hier. Der Hades drückt mich nur vor der Niederlage, wie jetzt hat sie ihn erwischt. Ich denke Hades und Auras 4 mit einer Pokémon-Attacke. Ja. Aber schön Skydiving. Glaubst du, Hades mag das auch? Ja. Hm, nein. Ich bin ganz klar. Okay. Okay. I mean, sure, you could thank us a little. You should say what you mean. I guess I could spare a few words. Thanks for meddling. Hey, what's that mean? Okay. Oh, Guardians Sushi, eh, Soul. Increasing the amount of damage from reaction commands by 50%. Oh, wow. That's not bad. Can we do it again? So, he's not depressed. Thanks again, guys. You're the best. Yeah. Yeah. Oh, sounds like somebody's feathers are a little ruffled. I'm kidding. Thank you, Sora, Donald, Goofy. So, where are you guys headed next? Oh, you know. You two lovebirds seem to be getting along just fine without us hanging around. Yeah, we're going to go. Uh-huh. Before we start meddling. Yeah. Meddling. Are you turkeys trying to put me out of a job? Yeah. If you keep ace in every challenge, champ, who am I going to train? No one more. Oh, you can't abandon me now, Phil. I gotta be at the top of my game, in case Hades shows up again. Hey, I mean, true, you want to hit? Yeah. Come on, Phil. How about it? Let me see now. Well, you're not wise enough. Not quite season enough. Okay, okay, we get the hint. Look, kid, it's not my call. Ah, Phil. Of course, if it was, you'd have no problem. I'd make you all heroes, in a heartbeat. Really? Say it again. On second thought, if those are your hero faces, you've still got a lot of work to do. Ah, what do you mean? Go away. Go away. Alles klar. No, no, no. Phil's face is just right. Yeah. Ah, that's really cool. Oh. Yeah. Bis zu Kingdom Hearts 3. Yeah, wir sehen uns wieder. Nee, davor geht's nochmal. Und nochmal. Achso. Und nochmal. Ja, okay. Und nochmal. Keine Ahnung. Aber in Kingdom Hearts 3 ist der Olymp voll cool. Da erinnere ich mich noch dran. Ich glaube, das ist meine Lieblingsversion vom Olymp auf jeden Fall. Hier ist noch eine neue New Episode, was. Achso. Ja, aber hier steht nix. Warte mal, geh mal hier rein. Ist das etwa hier? Ja, okay. Hey Schwefel, was geht? Ja, okay. Ja, hier, die sind neu. Achso. Die könnten wir mal probieren. Jetzt sollten wir das eigentlich schaffen, ne? Mit Level 25. Also den ersten auf jeden Fall, denke ich. Machen wir mal hier. So. Boah. Uäh, cool. Schon wieder so ein Kapp, wo ich mir jetzt irgendwelche Themen ausdenken muss, was ich erzähle. Und ich konnte mich nicht vorbereiten, weil ich nicht wusste, dass wir den machen. Achso. Ja, ich wusste jetzt auch nicht, dass wir den machen. Aber ich dachte mir, wow, wow, geil. Ja, Mensch. Was soll ich denn sagen, ey? Ich habe doch noch gar nichts hier zu erzählen, Mann. Auf jeden Fall bin ich auch ein bisschen sauer, weil ich konnte diese Woche nur ein einziges Mal kochen. Oh, das ist echt dumm. Und ich freue mich halt actually darüber, wenn ich in meiner Frühschichtwoche mittags die Zeit habe, mir Essen zu kochen. Für mich ist das irgendwie so kein notwendiges Übel, sondern ich mache das irgendwie gerne. Und ja, ich konnte es diese Woche halt einfach nicht tun. Ja gut, du warst ein bisschen beschäftigt, ne? Ja, in der Tat. Und, trotz all dem, ihr müsst wissen, wir haben auf Zockercrew ein Streamingprojekt, das Baldur Skate. Und wir wollen uns immer regelmäßig dann eben treffen, um Baldur Skate weiter zu streamen. Und obwohl wir eigentlich uns fest vorgenommen haben, dass wir diese Woche einen Stream machen wollten, hat es einfach nicht hinhauen wollen. Ja, vielleicht wird es noch am Sonntag hin, haben wir schon. Ja, vielleicht am Sonntag, aber ja. Ja, es war keine so schöne Woche. Mir ist auch noch mein linkes Abblendlicht vom Auto ist auch noch kaputt gegangen. Ja, das ist auch ziemlich genau. Das heißt, ich war dann auch noch in der Werkstatt und die haben mir gesagt, sie haben am Montag keine Kapazitäten und deswegen können die das erst am Montag machen. Jetzt darf ich am Montag, obwohl ich da erst um 10 Uhr auf der Arbeit anfange, schon um 7 Uhr noch was aufstehen, damit ich um 8 Uhr zur Werkstatt kann. Ja. Ja, gut. Ich bin froh, kein Auto zu haben. Ja, der struggle ist real. Ah, wie anstrengend ist eigentlich der. Yes. Oh nein, nicht die. Oh, die Reiter. Oh lol. Was macht Goofy denn? What the fuck? Einfach umgebracht. Ohohoho. Wir runden hatten der Mist. Oh. Letzte, glaube ich. Entschuldigung. Die, die, die. Die Mulanrunde. Wow, das ist super cool. Alter, heftig. Muss ich mal da einen Mindestscore erreichen oder so? Nee, man muss den einfach nur alle umbringen, ehe die Zeit abgelaufen ist. So, alle. Glaub schon, ja. Alter, das ist heftig. Kommt auch her. Oder vielleicht muss ich nur die Zeit abwarten. Es kommen immer mehr. Kann auch sein. Ich glaube, du musst, äh, ich, deswegen, also die Zeit abwarten musst du glauben, glaube ich. Aber scheinbar ist es auch scheißegal, wie viele Punkte du machst, oder? Das ist schon befriedigend, muss ich sagen. Oh ja, das ist bestimmt sehr befriedigend, die alle mit so zwei Schlägen wegzumachen. Ah, nee. Das war doch so, dass ich alle besiegen musste. Okay. Ah, okay. Oh ja, noch mehr. Oh ja, oh, geil. Äh, vielleicht hast du die 2000 Punkte geknackt. Das wär voll cool. Aua. Oh, shit. Aua. Hey, mein ganzen Shit. Das läuft die 2000 Punkte. Uh. So, weg damit. Oh, donny. Auf meinem. Oh, you. Oh, nein. Ah, jetzt erinnere ich mich, bei denen bist du doch gestorben, kann das sein? Bin ich das? Nee, keine Ahnung, ich werde dich jetzt erst mal umbringen. Das haben sie nicht anders verdient. Leon, fuck you. Ehrlich mal. So, guck dir das mal an. Alter, krass. Ich liebe diese Raketen, die sind so. So, geht doch. Aber ich glaube, hierfür sind wir auch schon fast überlevel. Ja, dafür waren wir auch überlevelt, ja? Ja, ja, true heroes. Protect Belt. Protect Belt. Serenity Gem. Cool. Lutz doch ganz gut. Ja, jetzt fühle ich mich richtig gut. Ja, so, ja, nächste. Okay. Azura kann use Drives, but will have to fight alone. Okay, defeat all the enemies within the time limit to be victorious. Okay, alles klar. Ich bin der Single Boy. Aua. Ich hoffe, das drausst du dir zu. Ja, eigentlich schon hier. Mach mal limit for him, baby. Limit. Geil. Weg mit dir. So, erstmal weg hier. Ach so, was zu der Woche natürlich auch noch dazu kommt. Das hier ist die Woche, in der es diesen einen Tag gab. Dieser eine Tag. Ach so. An dem nicht nur Trump gewählt wurde. Ach so. Oh Gott. Sondern auch gleichzeitig noch die Ampelregierung in Deutschland den Geist aufgegeben hat. Und ja, es war eine ganz fiese Woche irgendwie. Ist auf jeden Fall wild. Ja. Au. Au. Oh mein Gott. Muss ich mal. Ja, wenn der sonst noch so die Woche abging, ist das auf jeden Fall dann auch nochmal so ein Ding. Das ist ein Eiswürfel, das ist ein Eiswürfel. Alter. Wow, heftig. Okay, das war schon krass. Genau in dem Moment, wo die alle auf dich zuspringen. Ja. Ich wusste nicht, was ich mache. Das glaube ich dir. Let's go. Oh, komm schon. Machen wir mal ein Revert hier. Aua. Okay. Dann glaub ich dich einfach. Ach so. Warte mal. Ich habe insgesamt die Zeit, oder? Äh. Ja, ich glaube schon. Ne, habe ich nicht. Okay. Okay. Aua. Oh. Master Form, baby. Okay. Weg damit. Das war eklig. Wir machen jetzt nochmal hier so. Aua. Aber ich würde sagen, wir machen doch nur noch hier die eine Arena. Ja. Ja, den machen wir noch. Wir nochmal einen davon. Weil ich bin nämlich auch schon relativ müde. Das glaube ich dir. Ich bin froh, dass ich morgen frei habe, ey. Ich halte das alles nicht mehr auf. Was sagst du? Ich habe das morgen nicht. Ach so, ja, du musst arbeiten. Oh, sehr beruhig. Aber hey, ich habe auch nur das Glück, dass ich Überstunden frei bekommen habe, weil ich sonst irgendwie knapp 20 Überstunden hätte. Und sonst hätte ich jetzt morgen auch nicht frei. Du musst da auch arbeiten. Ja, gut. Ja, mein normaler freier Tag war nämlich am Dienstag. Aber man darf ja auch mal ein bisschen Glück haben. Gerade in der Woche, wie der hier. Kommt er mal her, dir. Ui, der Doggo. Kommst du mal her, du? Oh. Okay. Das macht ihm Schaden. Komm doch mal her, mein Guter. Komm doch mal her. Diese Dunkelheit, ne, während dem Kampf, die ist so übertrieben. Das stimmt. Aber er ist ja auch fast tot hier. Aua. Alter, der Tarnschir war auch super gut da in der Dunkelheit. Was soll das? Boah, hörst du mal das hier? Du erkennst ihn ja fast gar nicht. Aua. Das ist ja absolut crazy. Aua. Scheiße. Hab ich schon. Ist doch tot. Na, geht doch. You got him. So. Wunderbar. Yay. Alter, einfach den Hund da ausgestopft. Oh, Alter. We did it, Ray. Vor allem, wieso we, wieso we did it? Ich hab's allein gemacht. Ich weiß auch nicht, aber was war das gerade bitte für ein Schlüsselschwert? Oder war das überhaupt ein Schlüsselschwert? Guck mal. Das war kein Schlüsselschwert. Das war kein Schlüsselschwert. Das war ein, äh, was für Donnie. Der Rising Dragon. Der ist schlechter. Ah, okay. Und der Medio ist dead. Ja, das ist echt... So, aber das hat ein Fireboost, immerhin. Gefühlt. Aber ja. Ha. Ich glaub, der Shaman's Relic ist irgendwie immer noch besser, ja. Irgendwie schon. Naja, man kann ja nicht sich mit allem zufrieden gehen. Hier, der Protect Belt für den Göfer. Der war ja nicht schlecht, ne? Ja, hier. Eigentlich schon. So, was hat der Donnie nochmal? Ja, gut. Ne? Ja, gut. Okay. Ja, gut. Oh, er kann noch was nehmen. Oh, mehr, äh, mehr Magie für ihn eigentlich, ne? Also, guck mal, hat der irgendwie Magie? Hier, oh, Goldring. Oh, nee, Platinumring wäre nicht schlecht. Ja, kriegt sogar 3 AP noch mit dazu. So. Okay, das ist nicht verkehrt. Ich hab erst geguckt, ob es irgendwas gibt, wo es überall ist, aber nee. So, okay. Der Rest ist ja nicht so wichtig. So, wir haben hier noch IP Boost. Den kriegen wir natürlich so. So, und dann noch einen Defense Boost. Den geben wir auch so, weil niemand anderes hat das verdient. Und wir haben jetzt Guardian Soul. Stimmt ja noch. So ein anderes. Das wird der Wahnsinn, dass ich mittlerweile so abgerührt bin, dass ich nicht mal mehr sage, was du für ein Ego jetzt bist. Hä? Das ist alles nicht mehr. Was meinst du? Kann er nicht mehr... Hä? Was ist los? Ich hab das Gefühl, du gibst denen immer die schlechten Sachen. Ach so. Die ganzen AP Boosts und so, gibst du denen auch nie ab. Das stimmt. Aber ich sag schon gar nichts mehr. Das stimmt. Das haben sie auch nicht verdient. Ja, siehst du. Ja. Dafür machen sie ihre Arbeit nicht gut genug. Aua. So. Das nächste Mal werden wir, weiß ich nicht, nach Agrabah gehen, glaube ich. Ja. Ach, Agrabah, ey. Boah. Ich mag Agrabah nicht. Aber hey, ich auch nicht so. Aber nach Agrabah kommt Halloween Town. Und das ist cool. Pfff. Ich mag Halloween Town, auch in dem Teil hier. Ja, und dann kommt noch mal König der Löwen. Und dann sind wir fast mit dem Game durch. Ja, also wenn ich in Erinnerung habe, kommt dann noch ein bisschen was. Ja, klar, kommt dann noch ein bisschen was. Wollen wir nicht übertreiben, ja. Ja, da hast du recht. Da wollen wir nicht übertreiben, ja. Leute, Leute, es ist noch nicht vorbei. Hier kommt noch was. Bleibt dran, ja. Keine Leute. Das ist mir auch eine Bestie. Was heißt das denn? Guck mal, wie viel die noch ist. Ach nee, wir sind dann noch nicht fertig. Wir müssen dann noch mal zu Tron, habe ich ganz vergessen. Wir haben hier zwei Kisten übersehen. Im Olympus-Kalosseum, oh, da hast du dich wohl nicht richtig umgeguckt. Oh, Mann. Oh, ja. Muss ich wohl jetzt gleich wieder reingehen, ja. Ja, ja, klar. Nee, machen wir jetzt nicht. Vielleicht mal das auf Screen oder so. Wahrscheinlich nicht. Wie auch immer. Vielen Dank fürs Zusehen für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr seid süß, so wie ich. Ja, ihr seid tolle Menschen. Bleibt so, wie ihr seid. Nein. Verändert euch. Gestaltet euch. Seid toll. Okay. Tschüss. Tschüss.